Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt wieder an einem neuen Tag. Und wir wollen hier kurz wieder schwimmen. Und wir sind hier irgendwo. Und guckt euch das mal an. Sieht man das? Einfach. Wenn man die jinesische mal auf Wulsch bestellt. Die geht auf jeden Fall noch weiter. Ja. Einfach so. Aber man kennt es. Ja schön. Man muss hier auf jeden Fall hoch. Hochkleidern. Dass du hier rüber kannst. Dass wir ein bisschen Sport machen. Gönnt ihr mal an die Sicht Leute. Gönnt ihr mal an die Sicht. Hier Monka ist so wackelig. Wir sind gut. Ja Leute. Ich wollte euch nur mal zeigen. Das sieht irgendwie geil aus. Wir sind einfach in China. Auf jeden Fall. Wir sind natürlich immer noch in Chebanic. Aber es sieht schon geil aus. Ja. See ya. So Leute. Nächster Tag. Gibt mir mal einfach die Aussicht. Maschallah. Jetzt können wir mich hier sehen. Ich habe gerade Baden. Ein Bodybuilder-Baddy. Apropro-Baddy. Wir sind ja hier nicht auf Twitch. Sondern auf Youtube. Und das geht ja da. Und ich will jetzt einen guten Twitch machen. Apropro-Streaming. Ähm. Wird schwierig. Weil ich kein Internet herbe erstmal. Ich kann auch erst sagen. Falls. Also. Geht nie zu Ortl. Ortl. Ich hab vor 5 Tagen. 25 Euro gekauft. Oder. Ortl-Karte. Und. Dann hab ich Internet eingetragen. Hatte dann für 2 Tage. Und dann einmal weg. Obwohl. Ich halt auch. Für. Die EU bezahlt habe. Aber in Kroatien. Ging's irgendwie nicht mehr. Beziehungsweise. Keine Ahnung. Geht nicht einfach nicht mehr. Man muss auch nicht mehr. Ich hab auch keiner was es ist. Ortl. Auch Schmutz. Auf jeden Fall. Falls es die Tage dann noch geht. Irgendwie. Dann werde ich versuchen einmal zu streamen. Aber. Jetzt wird es echt schwierig. Ich kann kaum noch. Die Videos jetzt hochladen. Ähm. Ja. Deswegen. Aber gut Leute. Ich wollte euch nur zeigen wo wir sind. Ja. Dann geht's. Vielleicht später. Oder morgen dann. Weiter. See ya. So Leute. Neuer Tag. Wir sind jetzt hier am. Anderen Stand. Meiner Meinung nach. Am besten. Gönnzehahn. Okay. Da hinten am besten. Ich sag's mal so. Auf jeden Fall. Da hinten. Gibt's noch Action. Da ist. Hier ist richtig geil. Hier gehen wir mal rein. Das Wasser ist einfach nur geil. Das Wasser ist nicht mal zu kalt. Nicht mal zu warm. Ist einfach wahrscheinlich perfekt. Und ja Leute. Hier ist am geilsten. Wieder mein Bodybuilder Body. Man kennt's ja. Ich bin einfach nur ein Stick ne. Auf jeden Fall. Äh. Weil. Ich hab gestern. Den ersten Block. Aufgeladen. Und nice dass es so. Gut angekommen bei euch. Hat mich gefreut. Auch die Kommentare. Vor allem. Merkst du. Dass ich hier nur wegen meinem Bart. Dabei ist. Ich bin nochmal hier. Hoffentlich kann man das sehen. Wegen meinem unsichtbaren Bart. Und ja. Vielleicht für die nächsten Videos. Ich erkannt. Ich mach ja nur so ein bisschen rumlaufen. Loggen. Keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr mir. Diese Fragen stellen. So ein FAQ. Oder so quasi. FAQ. Und dann verantwortlich. Beim nächsten Mal. Falls ihr natürlich die Baukauf habt. Falls nicht. Dann macht's halt nicht. Schade. Ja. Schreibt aber auch wieder. Slender Boy in die Kommentare. Einfach. Wegen gar nichts. Schreibt auch was Slender Boy Leute. Und ja. Dann sehen wir uns gleich später. Oder dann noch. Morgen wieder. Let's go. Achtung. Ne. Wie gut. Ansonsten. Noch ein bisschen walken. Noch ein bisschen gucken, dass wir auf 10 Minuten kommen. Nein Spaß. Die letzten Videos werden ja eh nicht mal auf 10 Minuten sein. Erstens. Ich hab die ja vorproduziert. Dann muss ich sie schneller machen. Und ähm. Aber ich finde ich hab trotzdem. Also die Videos die kommen werden jetzt nicht so. Ich sag mal. Ähm. Ja. Einfach so produziert. Also einfach so. Gepostet werden. Sondern. Die haben schon auch ein bisschen Connection. Vor allem jetzt. Das mit dem TSS schafft. Ähm. Klar. Wenn's auch paar Reactions geben. Aber so mainly. Ähm. Also es gibt auch auf jeden Fall ein paar Dinge. Die. Jetzt Connection haben. Zum Beispiel. Ja. Ja Leute. Dann würde ich sagen. Schauen wir uns. Später wieder. Ja. Ja. Für die Boys. Servus Leute. Wir sind jetzt hier. Ähm. Ähm. Also gleicher Tag. Es ist fast Mitternacht. Kann man sagen. Ähm. Und ich hab mir einen ähm. Sonnenbrand eingefangen. Ja. Vielleicht sieht man es schon in meinem Face. Bisschen so jetzt nicht. Weil es Nacht ist. Aber. Ich werd's morgen machen. Oder apropos jetzt Sonnenbrand. Ähm. Ähm. Ich werd. Ich hab auch jeden Tag bis jetzt. Ein Bild von mir selbst gemacht. Dass man so den Progress sehen kann. Ich werd später dann auch ein ganzes Video drüber machen. Ähm. Wo man den Progress dann sieht. Wann. Und wie genau man. Ähm. Ähm. Ja. Bisschen. 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 Disschen. Ich meine. Jetzt wird mich gar nicht mehr. Scheiße. Auf jeden Fall. Mmmm. Jetzt ist es Nacht. Ich walk jetzt ein Bisschen alleine. Scheiße. Ich muss sagen. Ich hab ein bisschen Angst. Weil hier gibt's auch wilde Hunde und so. Und ihr wisst ja. Ich hab übelst Schiss vor Hunden. Wenn sie mich einmal mucken. Ich bin tot ne. Aber. Ja, weiss nicht was passiert. Also wenn irgendwas passiert. Hab ich es wenigstens auf Cam. So denk ich das jetzt. Ehm. Übrigens hab ich jetzt beim neuen Program. ein bisschen filter und da geht es zu cringe jetzt ein paar mädels jetzt ist ein bisschen cringe ist mir egal auf jeden fall ich habe jetzt ein paar filter die blenden ich jetzt mal ein oder poggers ich sehe mich gerade doppelt shit nein cringe egal scheiß drauf auf jeden fall ich weiß gar nicht wo ich jetzt hin soll ich mal hier runter was soll ich denn so sagen ja nix ich muss sagen dass ich mein handy in mein face halte und leute gucken mich ein bisschen schräg an aber man gewöhnt sich daran und hier leute ich dein oh mein gott letztes jahr das ist ein richtig ehrenloser hund tut egal was du machst du geh immer noch mal hin der wichser bellt dich einfach an wie als wenn du empfangen mörder bist das kannst du das kannst auch keine hunde sind halt ich war ich hasse einfach und was ich sagen ich mag keine hunde wieso mucken sie um wieso mucken sie so nötig weil katzen einfach gilder machen gar nichts gutes ohne witz naja ist ja auch ein anderes thema können ja auch in die kommentare schreiben was ihr lieber mögt katzen oder hunde wer hunde schreibt kommt auf die blacklist ganz einfach na gut ich mach das wenn ich auch ankert ja weil falls ihr langweil habt ist es ankert weil ich habe jetzt auch nicht so viel auswahl ich habe empfangen handy kat app monge ist alles schwarz wenn es ein hund von der ecke kommt ich bin tot alles klar gucken dass mich keiner verfolgt wie zb knapfel der ist jetzt auch ein kroationaler ein kleiner schleunz kann nicht nur knapfel auch wenn andere sind auch im kratz jetzt ne das freut mich auf jeden fall auch vor allem saim hat auch gesagt dass ich eine stunde von ihm entfernt bin nicht mal jetzt kommen wir uns treffen auf dem kaffee ne spaß naja ich fand alles so ich nehme mir jetzt schon drei minuten auf naja wie gesagt leute ich habe es auch glaube ich vorhin schon gesagt schreibt einfach mal in die kommentare und ich weiß nicht ob ich darüber kann ist ein facken mini zogen theoretisch kann er rüber springen der bastard ich weiß nicht ob er eingeleitet ist wenn jetzt komplett tot scheiße ich hab's jetzt einfach nicht ohne spaß ne ich schau lieber nicht ich bin alleine mit der nacht und ich muss ich muss eigentlich dadurch da gibt es zum bar wo ich ein free internet bekomme hat halt mal im maul alter bastard ohne witz kriege ich halt free internet und ja jetzt kriege ich halt kein free internet das ist halt das ding naja gut alles klar naja Leute so sieht das aus ich hab's euch gesagt ich schau oh mein gott dieser bastard von ohne witz keine ahnung ich mach mal schiss von was soll ich sagen ich bin ja auch auf einer der straße schon fast bisschen lauter aber ich hoffe auch dass ich hoffe dass die qualität in ordnung ist und ja ich werde jetzt aufhören zu filmen also sonst komm ich hier dahin wo ein paar dudes waren an der straße wo gucken die drei scheiß drauf ne warte kommt schon direkt ne egal ja guckt ne egal scheiß drauf drei dudes das ist so cringe ne ich kenn die eh nicht als scheiß drauf überhaupt nicht vielleicht sind sie das Video dann grüße ich raus aber ich hab's nicht ich geh's auch back was ich machen Leute dann bedanke ich mich dass ihr bis hierhin geschuckt habt wie you always waste by einfach random irgendwo hinlauft uncut respect und auch schnell respect könnt ihr mal auf jeden fall was schreibt ihr denn jetzt im kommentare das ist mein Leben schreibt einfach knaffelboy jetzt wenn ihr bis jetzt geguckt habt ja knaffelboy aber sowieso ausländerboy ist ja klar ja leute danke fürs zuschauen hallo rein wir sehen uns irgendwann mal einen anderen Log wieder hallo rein und see ya see ya see ya